Zur Befestigung der Dielen auf den Unterkonstruktionen empfehlen wir den Metallmontageclip aus V2A Edelstahl. Dieser ist erhältlich in der Farbe Silber oder Schwarz. Den Clip gibt es mit 25 oder 50 Stück pro Beutel. Ein 25er Beutel reicht für ca. 1 m². In jedem Beutel befindet sich eine Montageanleitung. Der Clip ist mit all unseren 6 cm breiten Systemunterkonstruktionen zu verwenden. Durch einfaches Aufklippen wird der Clip auf der Unterkonstruktion befestigt und befestigt dann ebenfalls die Diele. Der Clip muss nur aufgeklippt werden. Es ist kein Verschrauben nötig. Hierdurch spart der Verleger ca. 50% in der Verlegezeit. Im Detail sieht die Montage und Demontage des Clips wie folgt aus. Der Clip hat auf der einen Seite eine leichte Rundung und auf der anderen Seite einen Flügel. Die Rundung wird seitlich in die Unterkonstruktion eingesteckt und der Flügel wird auf der Unterkonstruktion runtergedrückt. Hierdurch sitzt der Clip auf der Unterkonstruktion auf. Die Demontage funktioniert so, dass der Flügel seitlich wieder hochgedrückt wird und so kann der Clip wieder abgenommen werden. Die Flügel auf dem Montageclip selber sind zur Befestigung der Diele auf der Unterkonstruktion da und geben die automatische Fuge von 5 mm vor. Die Fuge soll und muss immer eingehalten werden, damit Wasser ablaufen kann und Luft zirkulieren kann.